willkommen zurück bei father and son play for fun und auch diesmal gilt wir sind noch lange nicht fertig aber wie gesagt es ist ja sonntag und da ist es mir echt egal die waschmaschine ist gleich fertig dann kann ich nämlich die nächste anschmeißen gekocht habe ich auch schon gegessen haben wir auch schon so brauchen wir nachher perfekte tierkadaver versorgung erforderlich hier ist ja super machen wir das vielleicht mal eben zuerst da kann der kollege nämlich gleich weiter arbeiten aber was essen je nachdem was das ist gibt es ja richtig ärger überhaupt ach so ne kommt wir machen das erst wirklich für dich hier okay apparently my contact has some more good if we can hunt and bring him some birds i know don't ask me what he wants them for best just to keep him happy i reckon i mean we need the supplies i'm sure you can handle that super ente da sitzen schon mal welche war heute nicht aber da so ja mach fest hier ja mal zwei können sich noch um stunden handeln der kollega hat auch Zeit ja ich sehe das schon kommen also entweder werden ich mache hier noch gefühlte zehn folgen oder ich muss doch mal so eine kopfgeleger nun mal erledigen ach mal gucken ist auch egal wir haben heute noch Zeit ja oder wir machen so lange bis wir zweimal was an örtlichen golfer verschnappen können ist ja dann auch ganz entspannt so da sind wir schon das schöne ist wir brauchen ja nur eine ab geht's ich weiß gar nicht kann man den wagen auch versenken habe ich noch nie habe ich noch nie geschafft gott sei dank jetzt vielleicht ja den teufel auch nicht an der wand mal wir müssen unbedingt geld verdienen wie gesagt keine 150.000 dollar mehr das geht ja nicht erst mal richtig hier in den sessel setzen ja dann habe ich gefühlt den halben sonntag vor der playstation verbracht nein stimmt ja nicht eigentlich müssten wir noch sammlerstücke sammeln weil das gibt ja richtig points ne mal hier gucke oh nächsten rangaufschicht kriegen wir wieder eine schatzkarte vielleicht sollte ich da mal ein paar abarbeiten so das pferd kann ran pfeifen wir sollen der quatsch wir haben noch alles gekriegt hier 20 einheiten hinzugefügt und dann sieht man da ist nicht mehr viel platz da ist nicht mehr viel platz das gibt es doch nicht hier überall drei sterne und ich bin zu blöde soll ich schon mal ein perfektes haben hier na super ist nicht mehr perfekt ja komm ich gebe es trotzdem ab dann ist es auch egal ja oder 24 stunden kann tier töten so eine endlos folge so klar zwei stück in 20 aber wie gesagt ich krieg es nicht nachher geht es nicht weil da gar nicht genug platz ist so schatzkarten was aber denn da überhaupt irre ne jede menge die könnte man nehmen weil das ist ja hier oben links das ist ja jetzt mal für ein theater vielleicht vorhin black forest da ist es so black forest stimmt erwiesen das hier ist ja auch scheißegal wie es ist black bone forest keine ahnung aber wieder nicht aufgefasst wurscht los geht's schickes pferd auch schick ja das sind doch schon wieder neun minuten ne irre absolut irre aber ganz ehrlich 24 stunden kein pferd töten das ist ja kein tier töten das ist ja irre ich könnte natürlich in der nächsten folge erstmal den schwarzen ich bin dran ah ich bin dran ich bin dran ich bin dran ich bin dran mal gucken in dem handbuch wie war das denn mit dem abstempeln oder so jetzt suchen wir erstmal den schatz hier wir können nicht alles auf also ich bin ja nicht multitasking fähig hier muss aber schon sein da ha ha ja da bin ich aber mal gespannt So 150.000 Kracher zusammen Wie sich das gehört Dann Ich weiß nicht, dass wir wieder nix platt reiten Ach, da müsste ich mal die Kamera aufräumen Ja, stimmt Aha Das ist nämlich ein Fläschchen heute Na komm schon Ja, bleib locker Ah, der Lustige Biber da Den man ja auch relativ häufig antrifft Wo ist er? Da ist er Jetzt hat das Pferd schon wieder Bock hier Wurde ich ihn doch nur betäuben Dem hab ich schon so oft Das Fell über die Ohren gezogen Was ne Vollbremsung hier Ja, komm ne Mauerflut Ach, so schön, ne? Die entspannte Sonntagsrunde hier Aha Aha Was ist er denn hier? Ja, los So Immer noch kein Satz zusammen Das gibt's doch nicht Ja Wiss ich gar nicht Ist hier oben rechts auf der Karte dann auch was? Weil wir halten ja noch Süden Auf der Karte, wer ist dann oben? Ah Ah Wieder eins getötet, ne? Aha Wo ist das hier? Ah Hat ein Tierblatt geritten Das ist ärgerlich Ah Da unten, ne? Ja Was hat denn? So Wollen wir euch eben gucken? Naturkundler Da seht ihr das Geht nämlich wieder von vorne los Einmal so ein Viech angeritten Ist die Sache nämlich schon erledigt Wird ich heute doch noch irgendwie Kopfgeldjäger machen müssen? Ja, kein Bock drauf Vielleicht schaff halt keine neuen Rollenherausforderungen Jetzt sucht denn da das lieb er so So, welcher Probe ziehe ich mir da so? Da hab ich ja eh mal zu wenig von. Jetzt aber weg hier. Aha! Ja, den machen wir noch. Irgendwie vom Pferd aus, Leute, mit dem Lasso oder so. Da steht doch jemals irgendwo. Da ist er doch schon. Schneck, Kerl. Ja, genau. So. Also wenn ich den jetzt abliefer, hab ich dann die andere Aktion von wegen deinen Gehilfen etc. und ihn auch nicht umgelegt? Aber ich denke nicht. Wer ist denn da hinten noch angepisst? Der Bär oder der Jäger? Ja. Das sieht man auf der Minimap. Hahaha. So, komm, den bringen wir noch zurück hier und dann ist Schluss. Ich finde es mal witzig, wie die sich beschweren, oder? Da muss ich gleich echt mal was trinken hier. Irgendwie wie so ein Frosch im Hals. Ich glaub, das hört man auch. Irgendwas klemmt da. Anstimmen ändern. Oh, shit. So. Gleich haben wir's. Oder alle? Da sind wir. Aber wie easy hier. 1,50 ne? Also wie gesagt, von der Knete her. Lohnt sich der Spaß nicht. Er lohnt sich nur dann, wenn man genug Kopfgeldjägerpunkte hat. Diese komischen Erfahrungswerte, da keine Ahnung, wie das heißt. Das kann man dann wieder für Geld, oder da kann man dann, glaube ich, für Gold einlösen, ne? Bin mir nicht sicher. Ich meine. Ja, ich sag mal so, irgendwann muss es auch mal gut sein, ne? Ich denke, ich nehme schon auf. 20 Minuten. Irre. So, ab zum Lager. Geh mal erst nach Hause, ne? Ja, genau. So, und streicheln nicht vergessen. Wie lange habe ich jetzt wieder kein Tier getötet hier? Ja, ist ja nicht lange. Ist vielleicht clever, wenn ich jetzt... Na, egal. Ist auch wirklich egal. So, wie weit ist der hier? Ah. So. Was wollten wir denn nachgucken, überhaupt? Ich glaube... Ich habe da keine Ahnung von. Ich glaube, hier ist das. Feldhandbuch. So, Kategorie. Und dann kann man das irgendwie abstimpeln lassen, wenn man, glaube ich, alles tuti-luti hat. So, was haben wir hier? Aber den Bullen habe ich noch nicht fotografiert. Und den auch nicht. Aha. Ja. Sollte ich vielleicht mal tun. Ach, das habe ich auch noch nicht fotografiert. Das ist dick und scharf. Was hat denn hier? Ah, die habe ich noch nicht gehäutet. Da könnt ihr euch das nämlich... Oh, die... Den Kupferkopf habe ich noch nicht fotografiert. Okay. Was ist das hier? Ein Panther. Ah. Das ist auch manchmal schwierig. Den habe ich nämlich schneller gefressen, als ich gucken kann. Oh, selbiges Glück für den Florida Panther. Da habe ich noch keine Probe von. Okay. Aha, aha, aha. Hausratte. Ich habe auch nicht fotografiert. Das Rot-Hörnchen vermutlich auch nicht. Ja, der Fledermaus. Ich glaube, es hackt. Colorado Kröte. Ach, nee. Die ist ja unten. Da bin ich ja selten. Oh, wer fehlt mir denn hier? Ah, Hirsch. Legendärer Nachtbiber. Der legendäre Nachtbiber. Doch, da habe ich da sogar schon die Klamotten vorn. Oder... Oh, nix, Wolf. Ja, okay. Also, da sieht man mal, es gibt hier jede Menge noch zu tun. Aha. So ein Alligator. Ah, ja, das stimmt. Da habe ich mir nur das schicke Männlichen machen lassen. Oh, Mann. Arbeit satt, wie ihr seht. So, und unter Fortschritt ist... Ne, wo ist das denn? Doch, na. Unter Fortschritt. Auszeichnung, glaube ich. Oder ist das unter Rollen? Ah, hier ist es nicht. Das ist, glaube ich, hier. Ne, wo war das denn? Oh, das ist doch unter Auszeichnung. Kopfgeldjäger. Da konnten wir noch irgendwo... Wenn man genug Punkte da zusammen hat, wo setzt man das denn zurück? Was war das denn? Doch, das muss ja gewesen sein. Ja, konnte man das irgendwie... Ist auch egal. Irgendwann werde ich es wieder finden. Jetzt ist es nicht wichtig. Jetzt machen wir erstmal Schluss. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und gebt mir bitte ein bisschen Feedback in den Kommentaren. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son. Play for fun.